Wer hier telefonieren will, braucht gute Nerven. Es ist echt zum Verrücktwerden. Der *** funktioniert nicht. Wie viel Geld steckt noch? 4 Dollar. 1 Dollar 88. Mach's Beste draus. 1 Dollar reicht für ungefähr 3 Minuten. 10 Monate. So lange ist es her, dass mir meine Familie Geld geschickt hat. Mir fehlt das Geld zum Telefonieren. So kann ich nicht mit meiner Familie sprechen und wichtige Dinge regeln. All meine Freunde und Angehörigen sind völlig abgetaucht. Ich hab zu wenig Geld, um mit meinem Sohn zu telefonieren. Dabei würde ich das wirklich gerne tun. Anruf, Beantworter. Ich kann meinen Bewährungshelfer nicht erreichen. Kein Guthaben mehr. Oft ist so ein Andrang an den Telefonen, dass ich nicht mehr drankomme, auch wenn's dringend ist. Wenn man's endlich geschafft hat, ist die Telefonzeit schon fast wieder um. Zum Glück kann ich telefonieren und ich glaube... Sie haben noch 3 Minuten Zeit für diesen Anruf. Man hat nur 3 Minuten Zeit, dann ist's vorbei. Weil dann die Münzen durchfallen. Ich will nur ein paar Mal. Wir sind auf der Infeldeck-M助. Wir sind auch für einen Victory-Monster-Kolzer-Kolzer. Wir sind in die Welt.